So, und hier sind wir auch wieder bei Amnesia. Ich weiß jetzt nicht, welcher Part, aber wir gehen gleich mal zum Altar rein. Und, ey, ich muss was sagen, ich spiele gerade die drei Teile, die ich gemacht habe. Ich spiele die am einen Tag, weil das Spiel jetzt so dermaßen interessant ist. Wirklich. Ich muss wissen, was passiert. Sonst raste ich aus. Wir gehen jetzt zum Altar, dort, wo die Monster uns eigentlich empfangen hatten. Letzte Mal. Ah, wir müssen die Kugeln noch zusammenfließen. Ist mir jetzt egal, was mich hier erwartet. Da ist ein Monster. Da ist Monster Number One. Da ist die Brücke abgebrochen. Ich weiß jetzt nicht, was wir mit Monster Number Uno machen. Mann, aua. Okay, Monster Nummer Eins hat uns noch nicht bemerkt. Wow. Die Brücke sieht ja ganz nett aus. Auch fast eingestürzt. Okay. Also das bringt uns hier noch nichts weiter, weil es immer noch aktiviert. Vielleicht können wir die Kugel jetzt inzwischen auch zusammensetzen. Ja, können wir. Achso. Okay, ich verstehe es. Der untere Teil der Kugel muss rein. Also wir müssen jetzt ein wenig logisch denken. Das würde ich auch auf die Seite machen. Okay. Ah, sie setzt sich zusammen. Okay. Kugel ist komplett. Kugel ist auf jeden Fall komplett. Dann wird er jetzt durch. Wow. Minpus. Die Kugel kann die Grenze nicht von alleine durchdringen. Etwas muss mit der Maschinerie getan werden. Okay. Der Durchgang zum Alter ist auf geheimnisweise... Ah. Oha, die muss da sogar hin. Das heißt, wir müssen dort zu dem Monster hin. Wenn ich jetzt sterbe, dann tut es mir wirklich leid. Aber es ist mir jetzt alles egal. Ich will da jetzt rein und es ist mir egal, ob das Monster jetzt noch da ist oder nicht. Ich will endlich ins Scheiß-Altar scheißdrehen. Ah, bei mir klingelt es gerade nicht. Aber es ist mir gerade völlig egal. Es ist mir egal. Ich lasse keinen mehr rein. Komm her. Monsti, Bonsti, Babonsti. Ich mach dich fertig, Merti. Haben wir hier was? Eine Waffe? Da haben wir noch einen Zettel sogar. Eigentlich haben wir ja alles gelesen, oder? Der Niedergang. 18. August, 1839. Ich kann nicht glauben, was ich geworden bin. Eines der Mädchen ist entkommen und ich jagte ihm die Treppe nach. Oben nach. Ich verfolgte sie bis nach unten und... Nein! Nein! Notiz! Wie viel ist das Leben wert? Wie viele Leben kann ich nehmen, bevor ich mein eigenes Opfer will? Sicher würde ich einen Mörder töten, um einen Unschuldigen zu retten. Aber eine Unschuldigen zu töten, um mich selbst, einen kaltblütigen Mörder zu retten. Ja, da würde ich mir auch Gedanke machen. Gedanke machen, muss ich sagen. Gedanken. Gedanken. Weil das ist echt hart geworden. Er bringt ein Mädchen um, was eigentlich gar nichts getan hat. Hier. Ich muss irgendwas mit der Maschine machen. Ich muss sie irgendwo kaputt machen. Was haben wir hier? Hier zieht Öl aus. Da haben wir Wasser. Mit Wasser funktioniert das relativ scheiße. Wer weiß. Vielleicht wenn wir es über. Über. Vielleicht kann ich die Kamera reinstecken. Oder. Vielleicht ein volles Punkt. Aua. Aua. Nee. Oder. Noch ein Stück Platz. Letzt. Das ist nicht groß genug. Da kommt ich noch was auf. Das ist nicht groß genug. Oh, die Zahnräder. Was brauche ich denn hier? Hammer und Meißel? Sehr gut. Oh, nein. Also irgendwas. Irgendwas muss ich da rein. Das ist nicht groß genug. Irgendwas muss hier im Raum sein. Irgendwas muss hier sein. Irgendwas. Können wir nicht irgendwas ableisen oder wie immer? Oder doch. Aus der Tür vielleicht so ein Ding ist da. So ein Wiener. Nee. Mann. Was größer ist. Vielleicht gibt's oben noch was. Wow. Oh, nee. Ich dachte schon. Der Hammer hat nicht gepasst. Der Holz würde nicht helfen. Hammer auch nicht. Säge. Oh, vielleicht so ein Metall. Nein, das auch nicht, glaube ich. Nein. Eine Säge. Nein. Das wäre es auch nicht. Und das. Nein. Das wäre. Das wäre es locker nicht. Ein Stein. Aua. Kann ich gleich ein Stein. Aua. Hä? Was soll ich denn da? Hier. Ich hab's. Den quetsche ich da rein. Auf jeden Fall. Nee. Lauf. Lauf. Wir haben's gleich. Von unten, von oben. Auf. Auf. Maybe auf. Oh Gott. Ich werde das Monster. Erwartet mich schon. Ja, und zwar noch eins der schlimmsten. Und. So. Wir müssen es verarschen. Wie machen wir es am besten? Ob's hier hochkommt? Wer weiß? Das weiß keiner. Das weiß nur, wie's aussieht. Kommt das hier hoch. Und das macht uns one hit. Denn was? Du darfst nicht aufgeben. Ich weiß. Und deshalb will ich jetzt schnell weiter. Weil ich jetzt da rein will. Ich will jetzt wissen, was passiert. Nein, wo bin ich? Sag nicht, muss wieder gehen, das Monster. Doch, wo müssen? Oh Gott. Ich hab den Kopf gesehen. Wenn es hier runterkommt, dann haben wir Arschkarte. Ich steh mal lieber auf. Wir rennen an ihm vorbei. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Warum wandelst du dich jetzt plötzlich um? Das ist unter. Das ist Cheating. Das ist Cheating. Das darf man nicht. Oh ja, Leute. Sorry. Sorry. Ich will da auch rein. Genauso wie ihr. Ich will jetzt wissen, was uns da erwartet. Ich hab jetzt so lange gebraucht. Das macht Platz. Hässlichkeiten. Hässlons. Weg da. Keiner ist mehr da. Keiner ist mehr da. Ich will da. Ich will da. Ich will da. Ich will da jetzt rein. Oh, weh. Die Gruppe brecht jetzt ab. Nein. Ja. Es ist offen. Lauf, mein Freund. Lauf. Ob wir die Kugeln mitnehmen können als Zugenehmen oder so? Sie ist weg. Oh, ich wollte eigentlich nicht zurückgucken, aber ich wollte mich dann doch anschauen. Achso. Die rote Grütze ist hier wieder entstanden. Okay. Oh, Leute. Wer bereitet euch vor. Ich bin in der Heiligtum. Aber wisst ihr was? Ich zerstör das jetzt voll. Und mach hier ne Pause. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.